Ich habe euch jetzt schon mal etwas vorbereitet und das steht nicht ohne Grund auf dem Tisch. Wie ihr seht, er zum Glück aber nicht, bezieht sich diese Vielfalt nicht nur auf die verschiedenen Snacks, sondern beinhaltet auch eine große Variation an Futter. Damit bekommen eure Vierbeiner alles was sie lieben oder in diesem Fall bietet es ein absolutes Schlemmerparadies. Schauen wir doch mal, was wir Feines haben. Raguus, Pasteten, Häppchen und saftige Ringe für die Feinschmecker. Es gibt sogar Monoprotein Varianten für etwas sensiblere Schnauzen. Klingt sehr gut, was? Na dann schaut euch erstmal die Snackauswahl an. Ihr kennt es alle selbst, wenn etwas schmeckt, kann es eigentlich nicht gesund sein. Hier ist es anders. Entwickelt mit Tierärzten zeigt sich diese Top-Qualität in der gesamten Produktvielfalt und das alles natürlich zu einem günstigen Preis. Klingt das gut? Na dann schaut euch hier einfach weiter um und lasst euch inspirieren. Das war nämlich noch längst nicht alles.